Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück bei die Sims 4. Oh. Und die Arkham Asylum Challenge, ihr Lieben. Ja Harley, das tut mir sehr leid für dich. Wir haben verflixt viele Bienen hier. Ich hatte eigentlich gehofft, wir kriegen mehr Spinnen oder noch andere Krabbelkäfer. Aber okay, wir haben halt ziemlich viele Spinnen hier. So, Lala schläft. Oh, war ja. Und hier unten, oh. Die Nachbarschaft ist angerückt, interessiert aber keinen. Seiji Yamaguchi möchte gerne rein. Okay, aber Pamela muss mal auf die Toilette. Und ich glaube, da werde ich auch gleich Lala mal hinschicken, kurz auf die Toilette und dann hoffentlich weiter schlafen lassen. Ne, lässt du den Seiji jetzt rein oder er auch nicht, ne? Komm mal her. Du musst mal aufs Klo, Kind. Wacht auf, ist verspielt, weil sie aufs Klo muss. Sehr schön. Du hast echt ein hartes Schicksal. Das kann ich ja gar nicht anders sagen, Harley. Ei, 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 ei. Ja, es dauert natürlich ein bisschen, bis man drei Stockwerke runter marschiert ist. Vor allen Dingen, wenn man die Beine zusammenpressen muss, könnten dann eigentlich auch mal das Bild bitte fertig malen, ne? Naja, euch geht's gut hier, soweit man das sagen kann. Okay, die Nachbarschaft ist weg. Ich hätte ihn ja jetzt begrüßt, aber jetzt ist er ja nicht mehr da. Doof für ihn. So, okay, ja, und dann würde ich aber schon sagen, Oswald, was, hat die Giftattacke überstanden? Bitte, was? War das der Grund, warum er so grün war? Natürlich, jetzt hat sie sich hier ins Bett geworfen. Das war so klar. Oh, was? Pamela, Tanzen 2, das ist ja nice, okay. Ja, toll. Jetzt sind die Betten hier belegt. Das ist ja scheiße. Nein, ich wollte das Gemälde nicht verwerfen. Ich wollte es eigentlich weitermalen. Kann ich das nicht mehr weitermalen? Das ist ja blöd. Pamela, alles gut? Ja, dann werden wir es verwerfen. Das ist dann eben so. Jetzt haben wir hier echt kein Bett abbekommen. Das ist doch nicht zu fassen. Wollen wir mal Comedy-Auftritt schreiben? Du möchtest auch lieber tanzen, ne? Ich möchte aber lieber, dass du hier dein Bestreben erfüllst, Fräulein. Je eher wir hier rauskommen, von dem Verrückten, umso besser. Und dann werde ich das mal hier im Auge behalten. Wenn mal wieder einer aufwacht, dann werden wir uns gleich wieder ins Bett werfen. Aber die müssen ja auch schlafen, ne? Also ich meine, ich könnte jetzt sicherlich einen wecken und rauswerfen. Aber so ein bisschen müssen die ja auch mal schlafen, hier die armen Schweine. Die haben es ja wirklich nicht einfach. Ja, Pamela möchte nämlich auch schon ins Bett. Die fällt hier mir gleich unwahrscheinlich. Ach, ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Geräusch? Die Musik, die hier dudelt. Ja, ja. Alles wird gut. Schreibst du auch nebenbei? Nö, ne? Die Schelmfähigkeit Schellala, haben wir die nicht schon? Hä? Das verwirrt mich hier. Ich habe wirklich das Gefühl, hier kommt dauernd dasselbe Zeug. Und dann immer Level 1, ne? Okay. Aber wenigstens Comedy ist noch auf 3. Ist doch schon mal schön. Guck mal, Geschicklichkeit haben wir auch auf 3. Ja, ist ja kein Wunder. Wir hier dauernd alles reparieren müssen. Das war jetzt nicht gut mit dem Geist, oder wie? Naja, Kind. Cooles Lied. Cooles Lied. Muss ich ja mal sagen. Wer grunzt denn jetzt hier dauernd? Ist hier irgendwie einer gerade mal aufgestanden? Nö. Ja, sie kann so nicht arbeiten, ne? Kann ich die irgendwie vertreiben? Kann ich nicht. Was? Laberstuhl. Nein, hör auf damit. Schreib doch mal bitte da weiter. Aber du bist so eine dumme Kuh. Ich... Boah, die Geräusche hier mit den Geistern. Eieiei. Eieiei. Komm, schreib mal weiter, bitte. Wenigstens das eine hätte ich doch gerne noch fertig. Wir können doch sowieso gerade nicht schlafen. Mach's nicht kaputt. Was denn jetzt? Bildschirm aus? Abgestürzt? Die Grube der Verurteilung kommt mit dem Auftritt zu Ende geschrieben. Ah, da haben wir es doch fertig. Ja, sehr schön. Das hast du fein gemacht, Kind. Ja, du möchtest schlafen, ne? Aber ich könnte dich gerade mal, ähm... Okay, die treffen sich unten. Du kannst ja mal hier duschen. Dann haben wir dir vielleicht mal diesen Wunsch hier erfüllt. Ich habe hier immer noch mit Harley flirten. Ich glaube, das pinne ich mal ab. Wird ja gerne mit ihr flirten. Aber die Herrschaften sind ja immer alle hier so angespannt. Die verstehen das dann irgendwie alle nicht. So, rein da jetzt. Dusch dich mal, genau. Haben wir dir einen Wunsch erfüllt. Was willst du hier jetzt? Ein Bad mit Badezusatz. Ne, Hasi. Hasi, das haben wir leider nicht. Was wolltest du hier? Witze schreiben. Okay, und was haben wir hier? Eine Sauna entspannen. Alter, sag mal. Was du hier dauernd alle willst. War es denn jetzt schon wieder kaputt? Irgendwas ist doch gerade hier kaputt gegangen, oder? Na gut, hinten ist keiner. Hm. Also ihr Lieben, wenn ihr hier jetzt meint, ihr könnt hier durchpennen, bis ihr komplett ausgeschlafen habt, da habt ihr euch aber getäuscht, ey. Was sage ich euch? Wen wecke ich denn mal auf sonst? Ich möchte mich ja hier nicht mit jedem anlegen. Bruce. Beim Joker habe ich immer ein bisschen Angst, dass der mir aufs Maul haut. Ganz ehrlich. Säubern. Boah, jetzt putzt sie das Klo. Also ich würde vorschlagen, wir werden Bruce mal hier aus dem Bett schmeißen. Ah ja, alles wird gut. Komm Lala, wo bleibst du? Schmeiß den Bruce mal hier raus. Oh, er geht schon, er geht schon freiwillig, ne? Oh, Brucey. Das tut mir leid für dich. Aber Lala muss jetzt pennen. Äh, die muss um 17 Uhr wieder an der Arbeit sein. Und dann hätte ich schon ganz gerne, dass sie so einigermaßen irgendwie drauf ist. Und dann noch Level 6 der Comedy-Fähigkeit bei Gelegenheit. So, hier hatten wir ja eigentlich alles, ne? Ja. Da müssen wir sie dann nur mal inspiriert kriegen. Oh Gott, jetzt sitzt er ganz alleine hier unten mit seinem scheiß Joghurt. Aber er scheint glücklich zu sein. Das ist die Hauptsache. Blindwütig, weil wahnsinnig. Okay. Okay, das darfst du, Lala. Kein Problem. Ach, guck mal. Selina kommt auch angewackelt. Mal gucken, wann das Klo gleich wieder kaputt ist. Sag mal, Selina, du müsstest auch mal dann... Oh, Nene! Ähm, ist die Dreck. Kannst du wenigstens mal spülen, du alte Sau? Ist nicht möglich, ne? Was machst du denn? Traurig tanzen? Über Gefühle blocken? Schnief, schnief. Ja, die sind hier alle wahnsinnig. Lasst mir aber ja mal bitte hier die Lala ein bisschen ausschlafen, ja? Das wäre sehr schön. So. Achso, nein. Nein, 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 nein. Da. Am 17 Uhr. Okay, haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber die Energie ist noch nicht wirklich gut, als dass ich sie aufstehen lassen würde. So, Oswald ist auch wach. Jetzt treffen sich gleich wieder alle unten in der Küche, oder? Joker, du könntest auch mal duschen, altes Ferkel. Noch ist die Dusche ganz. Überleg es dir. Schnell durchlauf hier gerade. Uh, uh, uh. Knutschi. Ja, für euch hätte ich natürlich gerne ein Doppelbett oder einen Busch oder einen Schrank. Könntet ihr ja vielleicht mal tächtelmechteln, aber habe ich leider nicht, ne? Müsst ihr drauf verzichten. So leid mir das tut. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ne, ich möchte es auf jeden Fall noch... Harley? Äh, wo rennt Harley Quinn gerade hin? Ach, jetzt ist sie da hinten. Achso. Schaut sich das Haus von hinten an. Ja, sieht gut aus, ne? Bitte beachten Sie die Grabstätten hier, die schon vorbereitet hier liegen. Ja, komm wieder rein, Harley. Okay, da draußen ist es auch doof, ganz ehrlich. So, wenn Lala gleich aufwacht, dann werden wir jetzt mal irgendwas kochen. Hier, Pamela, mach doch mal für alle. Wie wär das? Wisst ihr, ihr seid schon echt Kameradenschweine. Ganz ehrlich. Kocht immer nur für euch selber. Ich meine, ich koche ja auch nur für mich selber, aber, äh, wenigstens, äh, repariere ich hier dauernd alles. Oder ersetze es, oder ich bringe das Geld ran, ne? Und ihr macht so gar nichts hier. Fitness für Pamela beim Kochen? Aha. Okay. Oh, 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 der Joker hat geduscht. Das ist wunderbar. Ein Stinker weniger. So, das Mäuschen schläft immer noch. Aber jetzt müsste sie ja eigentlich gleich wach werden. Schelm 2. Joker, hattest du das nicht auch schon? Also, ich speichere das Spiel schon ab, ne? So ist nicht. Ich hab wirklich das Gefühl, die, äh, lernen hier dauernd dasselbe. So. Oh, da hat jemand Essen stehen lassen. Speckersatz. Okay. Ja, dann essen wir das, wer auch immer das da stehen hat lassen. Das ist mir dann eigentlich auch egal, ne? Ist ja cool. Oh, das Klo ist schon wieder kaputt. Hurra. Ihr seid alle doof. Ihr habt alle keine Lust, nach hochzugehen mit dem Essen, ne? Das ist euch zu anstrengend, ne? Oh, Pamela. Ach, die hat da gerade Sit-Ups gemacht oder so, ne? Glaube ich. Komm, es geht. Es, und dann kannst du das Klo reparieren. Lockere Unterhaltung mit Harley. Ach so, die kommt da. Eigentlich wolltest du sie mal anflirten, so richtig. Das vertragt ihr euch nicht, ne? Harley, wenn du Hunger hast, dann mach dir halt was. Was ist denn das? Von Harley beleidigt werden? Bitte was? Harley plaudert? Paparieren. Von Harley beleidigt werden? Wieso denn? Aha. Aber sie lächelt ja alles noch. Also irgendwie passt hier was nicht mit euch. Kann das sein? Wieso vertrag ich euch nicht mehr? Dann werden wir sie mal abblitzen lassen. Was ist denn hier hinten für ein Gestöhner? Wie frech, die beleidigt sie hier echt? Das ist ja nicht zu fassen. Warum? Ich wollte dich doch anflirten, Kind. Okay. Also hier scheint sich irgendwie so ein bisschen Krikenziek anzubahnen. Kann das sein, dass sie dauernd hier hinterher beleidigt jetzt noch? Warum? Oh, was ist denn hier los? Der eine putzt, der andere repariert und Pamela wartet, dass sie fertig werden, damit sie pinkeln kann. Na hurra. Ja, könnt ihr knicken. Wenn das repariert ist, dann werde ich mich hier ganz schnell draufsetzen. Ist mir egal. Bruce, hau ab. Bruce. Genau, hau ab, Bruce. Ich muss pipi. Alter. Den Müll kannst du auch gleich noch raustragen. Jetzt mal im Ernst. Hier ist was los. Es hat schon wieder irgendeiner Geld ausgegeben. Können wir das hier mal wegmachen mit Harley? Das möchte ich ja dann auch nicht. Okay, da gibt es irgendwie anscheinend Beef. Aber gut, wenn sie jetzt sowieso wach ist, dann könnten wir ja vielleicht hier oben ein bisschen weitermachen. Einen Auftritt geben. Grubelte. Ach so, das ist ja cool. Qualität schlecht. 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 Aber das sind die Comedy-Auftritte, die sie selber geschrieben hat. Das ist ja cool. Guck mal her, wir machen das. Über Dosis Kekse. Wie, muss in einer Stunde bei der Arbeit sein? Was ist schon... Oh, stopp. Echt? Wo ist denn die Zeit hin? Nee, warte mal. Dann kein Dings. Dann kein Dings. Dann... Warte, warte, warte. Äh, dann gehst du auf jeden Fall nochmal nachdenklich duschen. Wie denn beschämt? Von was denn jetzt schon wieder? Unbehaglicher Kommentar. Warum hat Lada das gesagt? Ja, keine Ahnung, weil sie beleidigt wurde. Das scheint übrigens hier gerade Buggy zu sein mit Harley, ne? Das geht gar nicht weg. Hm. Na ja. Dann werden wir hoffen, dass sie jetzt inspiriert ist, wird. Das haben wir ja sonst alles fertig. Weinst du jetzt unter der Dusche? Och Gott, Kind. So schlimm kann es doch jetzt auch nicht gewesen sein. Meine Güte. Los, werd inspiriert. Ich hab keine Zeit für so'n Scheiß hier. Konnten die nicht hier, warte mal, hier hingehen? Nee, das will ich ja nicht. Konnten die nicht in die Sterne gucken, wenn man den Boden angeklickt hat? Weil ich glaube, von in die Sterne gucken wird sie auch inspiriert. So, das inspiriert es jetzt im Hintergrund in die Wolken schauen. Achso. Nee, Sterne gucken wollte ich eigentlich, aber na gut. Das Gewürzfestival. Okay. Äh, Kindchen. Du müsstest doch vielleicht mal jetzt zur Arbeit? Oder nicht? Wo kann ich sie denn zur Arbeit schicken? Gehst du selbstständig? Weiß nicht, wo ich sie zur Arbeit schicken kann. Urlaub nehmen, reisen. Nee. Hm. Okay. Ich dachte, das würde hier gehen. Grundstück zentrieren, ist klar. Hm. Na gut, ich meine, sie ist ja jetzt selbstständig gegangen. Ah, wie wollen wir sie denn mal arbeiten lassen? Sie ist gelangweilt. Warum? Alter, arbeite fleißig. Sie ist gelangweilt. Sie ist gelangweilt. Nee, so aber nicht, Freunde. Na gut. Sie ist bei der Arbeit. Dann spulen wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen vor jetzt. Und gucken mal, was die Irren hier alle so treiben. Ah, jetzt ist sie inspiriert. Das ist super. Aber das, ja, steigt jetzt hier. Okay. Könnte natürlich sein, dass wir das heute noch nicht schaffen, hier wieder befördert zu werden. Das wäre sehr schade. Aber nun gut. Och, guck mal. Guck mal, der Pinguin. Macht mal sauber. Das ist supi. Alter, da kreisen aber auch echt schon die Fliegen drumherum, ne? Oh. Hol dir da bitte nicht... Warte mal. Was ist denn da? Oh. Da ist eine fette Spinne. Boah. Da. Oh. Fette Spinne. Ein Spinnennetz. Ich dachte, das wären nur die Spinnennetze. Das soll wirklich Spinnen drin rumkrabbeln. Alter, das ist ja assi. Oh. Oh. Da auch. Da ist auch eine. Oh. Was? Eine tobende Meute? Lala weiß, dass es keine gute Idee war, so spät mit ihrer Comedy-Show zu beginnen. Das Publikum wird unruhig und sie verliert schnell die Kontrolle. Sie kann entweder schreien, um Aufmerksamkeit zu erhalten oder aufgeben und die Show abbrechen. Was? Nein, the show must go on. Puh. So geht es. Das Publikum passt nun auf und lacht sogar. Was Lala dazu inspiriert, einen ihrer bis dahin besten Auftritte abzuliefern. Leistungsverbesserung, Klein, 50 Simulons. Ich wollte doch gerade sagen. The show must go on. Das bringt alles nichts. Du kannst ja nicht einfach von der Bühne stürzen. Das geht nicht. Ich kann auch nicht einfach von der Arbeit abhauen, wenn es mir da nicht gefällt. Wenn es danach ginge, dann würde ich nur abhauen. Was hast du? Schon wieder Bienen oder irgendwas? Nee, ne? Wie lange ist sie denn da jetzt eigentlich? Ja, bis 23 Uhr. Na gut. Die tobende Meute. Ach, wisst ihr Freunde hier? Echt? Ich habe euch alle wahnsinnig gemacht. Die meisten böse oder niederträchtig oder keine Ahnung. Ihr seid ganz schön lascher Haufen. Ich habe gedacht, ihr prügelt euch hier. Aber das tut ihr nicht, ne? Ich habe immer noch ein bisschen Sorge, dass sie sich hier irgendwann mal alle zusammenrotten und sich auf Bruce stürzen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Was macht ihr? Oh, ihr seid süß zusammen, ne? Ihr zwei. Naja, wenn ihr vielleicht mal irgendwann hier rauskommt, dann kaufe ich euch ein Doppelbett. Aber auch nur vielleicht. Ach ja, Kind. So. Du musst noch ein bisschen arbeiten. Okay. Ey, das mal wieder im Bücherregal. Ach Mensch, Leute. Sei doch nicht so lame. Dann steckt doch hier einfach mal die ganze Bude in Brand. Ich meine, ich kann es euch ja jetzt nicht sagen. Das müsst ihr schon selber machen. Lala fühlt sich nur noch okay, aber da kann ich mit Leben. Fledermäuse für den Joker. Okay. Auch das hat er einigermaßen gut überstanden, wie es aussieht. Und wenn sie heimkommt, schätze ich, hat sie als erstes Hunger. Simsei? Ja, ja. Sie hat Hunger. Okay. Sie kommt ja... Oh, ne. Echt jetzt? Kühlschrank schon wieder kaputt. Okay, wir nehmen den Herd. Kochen. Oh. Pan de Muerto. Für Vegetarier geeignet. Aha. Ja, dann machen wir doch mal so ein Pan de Muerto. Aber auch nur für uns. Ihr kocht ja auch nicht für mich. Obwohl, wir hatten ja vorhin ja schön erstmal einen Toast, ne? Ja, verbessern könnte ich das Ding ja vielleicht mal. Ist doch relativ schnell kaputt, ne? Ja, mal gucken. Wird erst mal gegessen, wenn sie jetzt nach Hause kommt. Ja, Harley. Mach mal heil da. Das traut ihr euch alle nicht, ne? Ne? Echt? Wir wurden schon wieder befördert? Oh mein goodness. Was hast du denn für eine Klamotte an? Hä? Moment. Äh, C-Promi. Lala wurde befördert und ist jetzt C-Promi. Sie verdient vier Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 40 pro Stunde ergibt. Sie hat zudem folgenden Bonus erhalten. 541. Teppich Sim Idol. Ihre nächste Geschichte beginnt am Samstag. Aha, um 17 Uhr. Ja, Lala. Meine Fresse. Das ist ja toll. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass sie da doch schon wieder befördert wurde. Nice. Nice, nice, nice. Ja, Tagesaufgabe. Witze schreiben, Musik üben. Lala, was hast du für Klamotten an? Alter. Die hab ich dir doch nicht gegeben. Wo kommen die her? Das gefällt mir nicht. Also das Oberteil ist hübsch, aber... Aber warum? Warum? Äh, warum? Outfit ändern. Hier, du kannst mal deine Schlafklamotte anziehen. Genau. Und tritt bitte da unten nicht in die Wasserpfütze. Das wäre jetzt ein bisschen ungünstig. So, da oben pennen schon wieder alle, wie mir scheint. Bis auf den Pinguin. Ach, Edward, wo bist du eigentlich? Der hängt schon wieder hier auf der Parkbahn. Ha, 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 ha. Edward plant Böses, aber er ist sich nicht sicher. Ach, Mensch. Edward, du sonderst dich wirklich ganz schön ab, ne? Also von dir sehe ich wirklich relativ wenig. Und du stinkst wie ein Iltis. Und du bist dreckig. Warum bist du denn hier so alleine? Ausgehungert. Verhungern in sechs Stunden. Edward. Ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwie... Wavi bist. Wir haben Essen. Und wir haben Geld. Komm bitte nach Hause und hol dir was. Ich kann dich nicht rufen. Hm. Also wenn Edward nicht heimkommt... Ja. Aus Klo muss er auch. Ja, da hat er sich eingepisst. Das ist doch scheiße, Edward. Warum kommst du denn nicht rein? Wo ist denn eigentlich hier unser... Guck mal. Hast du dich verlaufen? Und da kommt schon wieder ein Geist, oder? Hast du dich verlaufen? Findest du den Weg nicht zurück? Oder kann ich dich denn mit Lala irgendwie ranrufen? Tag verschönern? Mehr Auswahl? Nee. Nee. Ich würde ihn gerne zurückrufen. Geht das nicht? Anscheinend nicht. Zumindest finde ich es nicht. Und Lala kann ich nicht hierher schicken. Sie liest jetzt erstmal schön ein Buch. Gucken, ob ich hier Edward irgendwie retten kann. Mann. Hier ist nichts, wo ich ihn mit ranrufen könnte. Das ist irgendwie gar nicht gut. Ich verstehe nicht, was der da hinten macht. Wisst ihr, was wir mal machen? Lala, komm mal her. Wir kochen nochmal was. Äh, Grillkäse. Partygröße. Und dann werde ich einfach mal alle zum Essen rufen. Vielleicht kommt Edward ja dann, wenn er es denn hört, da hinten. Ist der echt da ganz allein da hinten? Das ist doch nicht zu fassen. Kommt aber auch nicht heim, ne? Jetzt wächst ein Affeines. Eisennutblume. Aha. Edward, komm doch nach Hause. Bitte komm mal heim. Ja, du hast Hunger. Komm mal heim. Aber bestell dir eine Pizza übers Handy. Äh, Fräulein Lala. Was ist denn hier los? Mach das fertig. Ich glaube, du spinnst. Ich versuche gerade Edward zu retten. Ach Mann, ey. Wenn man hier nicht aufpasst. Der verhungert mir auf offener Straße. Schaffst du das in sechs Stunden? Eigentlich wollte ich was anderes mit dir machen, ne? Na, nun komm, koch das. Ja, ja, ja. Komm, mach hin. Laber, laber. Ja, ist egal. Hat keiner gesehen? Mach einfach weiter. So, und jetzt, ähm, zum Essen rufen. Futter. Allermann, Futter. Ja, sie nimmt sich auch gleich nochmal was. Kannst du ruhig machen. Hast ja auch gekocht. So, jetzt bedient euch hier bitte. Edward kommt nicht, ne? Hm. Nee. Edward kommt nicht nach Hause. Oh, wow, ey. Edward. Da gibt's lecker Futter. Also, was anderes fällt mir jetzt nicht ein, wie ich dich nach Hause kriege. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ihr Lieben. Ähm, na gut, aber ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge. Wird Edward das hier überleben in der nächsten Folge oder wahrscheinlich eher nicht? Wir werden es sehen und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich mach mir grad wirklich Sorgen hier, ne? Und, äh, ja, wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch und bis dahin. Eure Train. Und, äh, ja, wenn's euch gefallen hat, daumen hoch und bis dahin. Und, äh, ja, wenn's euch gefallen hat, daumen hoch und bis dahin.